Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ujumbilin, 2. Bundesliga, 2018-2019, 8. Spieltag, FC Ingolstadt 04 gegen Ujumbilin, Ergebnis 1 zu 2. FC Ingolstadt 04, Start 11. Profio Kittel, Winshop Lorenanzo, Start 11 von Ujumbilin, Kikewitz Trimmel, Friedrich Hüberg Reichel, Schmiedenbach Brümel, Groß, Kokia, Hachtel, Andresson. Das war's von FC Ingolstadt 04 gegen Ujumbilin, 19.54.